Heute gibt es Abiturtipps zum Thema Lernen und zwar, wie du das Ganze wirklich wie ein Profi angehst. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und für diesen Traumabiturschnitt ist es natürlich super, super wichtig, dass du verstehst, wie du an das Lernen richtig rangehen solltest. Und dafür eine ganz, ganz entscheidende Message in diesem Video. Und zwar die entscheidende Sache, ja, Leute machen sich viele Gedanken, wie soll ich mich denn lernen, was soll ich wann lernen und so weiter. Welche Lernstrategie, das ist auch wichtig, ja, für die Lernstrategie, macht einfach die AI-Methode, Leute. Macht einfach die AI-Methode. Denkt nicht drüber nach, macht einfach die AI-Methode und dann funktioniert das Ganze. Und dann sucht ihr noch eine Lernstrategie und noch einen Lernhack und sonst irgendwas. Macht einfach genau das, was funktioniert. Wenn irgendwas funktioniert, warum willst du noch irgendwas anderes? Macht einfach genau das, was funktioniert und dann kommst du auch sicher an deinem Ziel an. Was aber auch die AI-Methode nicht für dich lösen wird, ist, wenn du eine mangelnde Einstellung zum Lernen hast, ja. Und das macht, merke ich auch wirklich, macht zum Beispiel einen ganz großen Unterschied aus zwischen dem, wie ich lerne und wie ganz viele lernen. Ähm, die meisten, wenn sie lernen, haben so eine gewisse Ablehnung dem Lernen gegenüber. Ähm, so, oh, ich muss das und jetzt ist Abiturphasen, es ist zu viel und, oh, ich hab keinen Bock und, äh, und ich sitze jetzt schon seit drei Wochen dran und, mhm. Was auch vollkommen verständlich ist, ja. Mir ging es in der Oberstufe genauso. Ich hatte auch keinen Bock aufs Lernen. Vollkommen klar. Ja, nur irgendwann hab ich halt selbst für mich festgestellt, ähm, nicht nur ist es total demotivierend, wenn du die ganze Zeit das Lernen als sowas Negatives siehst und irgendwas, was du machen musst. Es beeinflusst auch einfach dein, ähm, wie gut dein Gehirn diese Informationen aufnimmt, radikal. Radikal. Ähm, ihr kennt das alle, wenn ein, äh, keine Ahnung, eine Freundin von euch zeigt euch irgendwas, ähm, was euch überhaupt nicht interessiert, ja. Ja, und dann kannst du dir da auch einen Blogartikel über irgendwelche News durchlesen oder was auch immer, weil euch das nicht interessiert hat. Ihr habt das zwar durchgelesen, ja, vielleicht auch ernsthaft durchgelesen, aber schon drei Stunden später könnt ihr euch nicht mehr erinnern, warum es da ging, weil es dich nicht interessiert hat, ja, weil es dich nicht interessiert hat. Und das ist wirklich auch der eine Profi-Tipp, ja, das sollte eigentlich so simpel sein, das sollte eigentlich jedem bewusst sein, aber er macht so viel aus. Und zwar, du musst Bock aufs Lernen haben. Wenn du das Gefühl hast, ma, mh, ich weiß nicht, ähm, irgendwie ist es nicht so, mh, dann wird es hier oben nicht abgespeichert werden, ja. Du kennst es, ihr müsst euch das mal überlegen. Ich meine, was gab es zum Beispiel für einschneidende Erlebnisse in eurem, in eurem Leben, was, die nur ein einziges Mal passiert sind, ja. Die habt ihr nicht die ganze Zeit wiederholt und gelernt, das sind einfach nur ein einziges Mal. Teilweise war es nur ein Moment, ja, nur ein Moment ist passiert. Du hast nur einen Moment in Kontakt mit dieser Information von diesem Ereignis. Und trotzdem kannst du es bis heute merken, ohne dass du es überhaupt versucht hast. Warum? Weil dich das so stark interessiert hat, weil es so ein bedeutender Moment für dich war. Und das ist auch das, was ausmacht. Du musst deine Abitulfächer, den Stoff, den du lernst, du musst ihn lieben. Du musst ihn wirklich lieben, du musst wirklich sagen, boah, geil, 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 geil. Ich habe gestern noch mit Christine aus unserem Traum-Abitur-Coaching gesprochen, grüße an dich, wenn du das siehst. Und sie lernt halt zum Beispiel gerade extrem intensiv auf Bio. Sie sagt, ich sehe nur noch Bio, 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 überall Bio, Bio, Bio. Und bei ihr haben wir dann im Coaching quasi es umgeframed. Wir haben nicht mehr gesagt, oh, Bio ist jetzt irgendwie, ich muss die ganze Zeit Bio lernen, ich habe keinen Bock mehr auf Bio. Ich kann es nicht mehr sehen, ich muss fast kotzen vor lauter Bio. Sondern, boah, Alter, ich bin so stark in dieser Materie drin. Ich sehe überall biologische Zusammenhänge. Das heißt, das, was andere davor und Christine selbst auch davor die ganze Zeit als negativ gesehen hat, war auf einmal positiv für sie. Ja, und jetzt ist sie halt wirklich in diesem State so, boah, geil, ich lerne die ganze Zeit noch mehr Biologie. Die ganzen Zusammenhänge werden mir noch klarer, noch klarer, noch klarer. Ja, und auf einmal geht es ja nicht mehr um irgendwie, wie sich das Lernen einteilt oder was die Strategie dahinter ist oder was auch immer. Sondern, das hat es ja alle schon. Das haben wir im Coaching alle schon gemacht. Aber die eine Sache, die jetzt noch gefehlt hat und jetzt wirklich Klick gemacht hat, ist, dass ich jetzt wirklich auch Bock habe. Ja, dass ich wirklich Bock habe und sage, yeah, ich habe Bock, noch mehr Bio zu lernen, obwohl ich schon seit zwei Wochen Bio lerne. Und dann funktioniert es auch wirklich, ja, dann hast du mehr Motivation, es geht wirklich auch in deinen Kopf rein. Und du wirst auch merken, in der Klausur wirst du es dann auch ganz anders präsentieren. Ja, wenn du Spaß daran hast, über diese Themen nachzudenken, die Zusammenhänge zu verstehen, das auch wiederzugeben, dann wird dein Ausdruck in der Klausur viel besser sein. Wenn du eine mündliche Prüfung hast, ein Kolog wie zum Beispiel in Bayern, dann wird es einfach tausendmal besser sein, weil du drin bist. Ja, ihr merkt das ja auch, wenn ich spreche, ja. Ja, für euch sind diese Videos tausendmal geiler, weil ich dieses Thema wirklich liebe, weil ich es liebe zu coachen, weil ich es liebe, euch auch voranzubringen und euch zu guten Noten zu verhelfen. Wenn jetzt hier so ein alter Professor sitzen würde, der irgendwie hier dazu gezwungen würde, das zu machen, würde sagen, also Punkt 2 ist dann, seid hungrig auf das Lernen, Punkt 3 ist dann, dann hättet ihr selbst keinen Bock. Ja, dann würdet ihr Videos nicht anschauen. So schauen es aber jeden Tag tausende von Leuten an. Ganz einfach, weil einfach halt diese Energie mitkommt. Und diese Energie musst du auch selbst für dich an dem Schreibtisch kreieren, weil wenn die da ist, dann wird es auch wirklich vom Lernprozess wesentlich besser. Und dafür musst du dich nicht groß irgendwie mit den Funktionen des Gehirns auskennen oder irgendwelche psychologischen Zusammenhänge kennen, sondern die ganzen Prinzipien, die dahinter liegen, verstehe ich. Aber ich gebe sie euch möglichst einfach weiter. Ja, das heißt, seid einfach nur hungrig drauf. Habt einfach nur Bock auf zu sein. Und dann bleibt es hier oben auch wirklich drin und das mit Spaß, Freude und Inspiration. Deswegen macht das unbedingt so. Ansonsten, wenn ihr noch mehr Freude am Lernen haben möchtet und wirklich auch geile Ergebnisse sehen wollt, dann kommt ihr gerne in unser Traumabitur-Coaching, wo wir dir eben beibringen, wie du ohne Stress, ohne Angst, ohne Druck, sondern mit Spaß und Freude deinen Traumabiturschnitt erreichst. Und das, obwohl du dann auch tatsächlich noch einiges an Freizeit haben wirst, dann melde dich einfach hier unten unter diesem Video im allerersten Link an. Bewerb dich auf den Platz bei uns. Und wenn du passt, dann bin ich sehr bald dein persönlicher Coach. Darauf freue ich mich. Und ansonsten, denk dran, ich glaube an dich. Wir behören uns im nächsten Video. Dein Leo.